Herzlich Willkommen hier in World of Tanks! Ich muss euch sagen, sie haben gesagt, sie haben den Tiger 2 gebufft. Tja, jetzt haben sie mir auch gesagt, er hat einen besseren Turm bekommen, einen höheren Alpha, also eine höhere DPM sogar als der Defender und da habe ich mir gedacht, feiern wir das mal und machen mal mit den drei Bots von World of Tanks einen Tiger 2 aus Look, machen mal zwei, drei Spielchen und testen als echte Noobs, ob sie den Tiger 2 wirklich gebufft haben, so dass wir das auch merken im Spiel. Sie haben gesagt, man kann wieder fahren und ich denke mal, hauen wir mal zwei, drei Replays für euch raus. Heute mit dabei ist der Bruce und der Buggy, ich schalte sie gerade mal dazu. Ich hatte sie kurz gemutet. So, da sind die zwei, hallo? Hi, grüß Gott. Oh Gott. Hast du jetzt, was ist denn jetzt, hast du jetzt schon irgendwie ein Intro reingehauen oder was? Nein, zu den Stats, sie haben also den Turm vom Tiger 2, ich habe schon ein bisschen gequatscht, meine Zuschauer, den Turm haben sie verstärkt, den Alpha haben sie auf 360 erhöht, ne, also ist nicht schlecht. Der Turm ist 250 mit der Panzerung, also ist eine richtige Ansage auf Stufe 8, würde ich sagen, gegen Mid-Tier. Und, und Leute, was ihr nicht wisst, er hat eine bessere DPM als der Defender bekommen. Genau. Und um es euch gleich richtig zeigen zu können, fahren wir gegen einen Zehner. Mit zwei Artists. Ne, auf jeden Fall, ich habe mit Bruce Gott geredet, ich habe einen Anmarspruch heute gebracht. Echt? Oh, okay. Ja. Und zwar, ähm. Echte Lebenshilfe, Leute, hört gut zu. Hört gut. Weißt du, was die Moral von Ice Age 4 ist? Nein. Von was? Von Ice Age 4. Ich habe den nicht gesehen, glaube ich. Du verstehst den Anmarspruch auch nicht. Um das Eis zu erbrechen, muss man den Nuss ganz tief reinrammen. Okay. Was ist denn eure Meinung zum Tiger 2? Habt ihr auch von dem Buff gehört? Da kommt ein BZ, da kommt ein Emil 2, wir können nicht hochfahren. Nee. Komm, wir gehen ab, schimmeln. Also typische Tiger 2 Gameplay. Typisches Tiger 2, äh, CD Gameplay. Aber, aber, Pascal, ihr schweift ab. Was meint ihr denn zum Tiger 2 Buff? Ja. Weil, es gibt ja jetzt was zu feiern, denke ich, oder? Darum fahren wir den ja heute. Der Dumpen zu oben ist leider ein bisschen zu wenig, aber auf meiner Meinung nach. Ja, praktisch, wenn wir uns so stellen, dass wir alle schießen könnten, okay? Aha. Meine Fresse. Der ist auch ein Dusel, der Kleine. Scheiß doch ziemlich rein, kann das nicht? Ja, den kleinen Dusel, ne? Ja, ja. Nehmt ihn raus, bitte. Den Dudel, Didel, Dudel, Deiz. Es geht sogar so weit, dass ich dem Tiger 2 eine eigene Crew gönne jetzt. Ich habe nämlich überhaupt keine Crew mehr auf dem Ding gehabt, weil er so bescheiden war. Jetzt hast du zehn Abonnenten verloren. Aber schauen wir mal. Also, ich muss sagen, ähm, ich quatsche jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Also, die DPM ist echt gut geworden. Und der Alpha hat von 360 auf der Standard nicht schlecht erspricht. Also, das ist eine richtige Ansage, ne? Holy moly. Man muss halt auch den Alpha anbringen, das ist die hohe Kunst. Schauen wir mal. Wieso ist das eine hohe Kunst? Zum Traden ist er besser geworden. Auch das, ja. Das ist besser, schuss Traden. Das soll immer noch nicht Traden, weil alle, also die IS-3 hat immer noch mehr Alpha. Ja, was ist die IS-3, 93, glaube ich, ne? Ähm, ja, 24, weiß ich gar nicht. Ja, ja. Aber die Turmbandsachen haben sie, für das, dass die Kommandologe eigentlich eh schon größer ist, als, deutlich größer, als über die russischen Panzer, wie Objekt oder so, hätt sie die Turmbands auch um die Backen stärker machen müssen. Weil das Dach kann man auch einfach overmatchen und so. Immer noch? Ich meine, das hätten sie auch geändert. Das ist nicht mehr so leicht, das ist nicht mehr so leicht. Ja, nicht mehr so leicht, da ist er wird wohl gebracht worden, aber es ist nicht genug gebracht worden. Aha, kritische Stimmen aus Österreich, sehr verehrte Damen und Herren. Ich denke mal, die IS-3 ist schneller, hat deutlich eine bessere Turmbandsung und einen besseren Alpha. Also, warum sollte ich mit Tiger-2 spielen, wenn ich mit der IS-3 spielen kann? Weil die Kanone wird nicht präziser ist von Tiger-2. Ja, und der WC-5A, der scheiß auf meine Bandsung, oder was? Ja, er ist gebounzt. Was, er ist gebounzt? Ja, er hat zwei Artis. Buggi ist ein Shit, da rum, warum fahren wir rum mit Buggi? Keine Ahnung. Das ist ja herrschloch, so ein Kommandant ist tot, okay? Komm doch nicht durch, ey. Ja, ich hab auch kein Support. Komisch. Kein Support, ich dreh schon wieder um, Leute, okay? Ich dreh schon wieder um. Ja, was willst du da auch, Alter? Ich hab gedacht, ich leg mich mit dem WC-3 an, aber scheinbar auch keine Solität, ey. Ja, kein Problem. Ich muss dazu sagen, ich hab noch keinen einzigen Perk auf der Crew. Aber wir lassen uns grad unseren Zehner sterben und die IS-3 sterben. Ja, das ist aber schon passiert. Ja, und man hat gesagt, wir hätten gewonnen, weil die kein Leitner haben. Ja, unsere Leitner ist gepflatzt. Naja, ja, gut. Beide kann Leitner. Himmel hilf, was ist denn heute los? Jungs, wir müssen's carry'n im Tiger-2. Mit dem Tiger-2 ladet Gold. Jetzt geht's los. Ich carry deine Unterhose. Also, ich spotte und du schießt, oder was? Ja. Okay. Ihr macht Doppelbush oder beziehungsweise stört ich dahinter, ich spotte erst mal nur. Leopard-Snap-Trip ist von da hinten. Ja, seid ihr bereit? Jo. Oder steh ich im Weg? Nein, du stehst nie im Weg, mein Schatz. Nee, du bist fett, Junge. Nein, der ist doch nicht fett. Wie soll er dich denn fühlen? Ja, WZ. Warum hab ich geschossen? Warum hab ich nur geschossen, okay? Ich schieße übrigens kein Quatsch. Oh, geil. Oh, krass. Wir haben die böse... Ach, guck mal eh. WZ, WZ wurscht mich, oder? Ich fahr' doch nicht um die Ecke, er wird um Hilt um mich. WZ ist Warnschot? Nee. Jawohl. Das ist gut. Wir haben halt zwei Artists, Leute, ne? Was wunkerst du? Let's go, come on, Baby. Ich bin im TK2 unterwegs. Ja, das wussten wir. Wow. Hm, einen guten Spot bekommen, oder? Nee, wir haben einen richtig guten Turm gekriegt. Mit dem kann man richtig gut arbeiten. Man sieht's jetzt sehr schön, in diesem Replay. Ihr könnt auf den... ...OK-Rot, nicht? Ich weiß, aber da... ...kann man es irgendwie nicht so gut durch. Sehr nice, Verschoß. Wer war denn das von euch? Ich bin... ...OK-Rot, aber scheiß drauf. Ich hätte gerne totgesucht. Warum ne, die Arti nicht raus? Weil sie nicht auf irgendwas schießt, was nur auf mich ist. Da oben ist was, weißt du. Ja, die Arti schießt auf mich. Jetzt schießt keiner drauf. Okay, danke. Hab ich Gold. Schieße. Oh nie. Jemand muss bocken kurz? Ne, der Arti... ...ein Busch und Halterhand, ne? Doch, man hat erkannt. Ja, aber die Arti da bleibt reinbomzen, aber das kann sie nicht. Äh, Mitte ist Objekt offen. Wenn irgendwer reinkommt. Ne, ne, negativ. Der hat auch gut gefängt. Der hat unser Top-Tier gemerkt, was der Top-Tier ist und fährt vor. Ah, das haben beide. Ja, ist der B1, der Easy. Der macht dich auch. Easy, ist der B1, kein Problem. Ich hab ihn gecatert. Ja, aber ich komm da nicht hin. Ah, krieg ich ihn nicht rein. Da ist noch der Emil 2. Der VK ist da oben und ich hab die ganze Zeit Haze. Ey, Emil, habt ihr gesehen? Zweimal ist der Emil 2 gebounced an mir. Also, sie haben echt was getan an der Panzerung. Ich muss sagen, er gefällt mir, der Tiger 2. Okay, füßt ihn ja auch. Ist der B1 links? Guckst du links, Bruce? Ja, ja. Brugge sagt rechtzeitig Bescheid, wenn er versucht, links vorbeizufahren. Sehe ich ja gar nicht mehr, schaue ich gar nicht drauf. Ah, okay. Kannst du sehen, wir verlieren das oder was? Ne, ne, wir carryen das gerade noch. Ah, okay. Ich muss doch kurz ein bisschen zusammenarbeiten mit meinem Bruder. Ihr seht, ich hab HE geladen, gerade wegen dem VK vor allem. Das hab ich auch schon überlegt, aber er piekt nicht mehr zu mir. Ne, er piekt nicht. Er weiß, wie viel HP er auf der Uhr hat. Das ist das Problem. Ein Spieler mit Gehirnzellen in World of Tanks ist eine Seltenheit. Die Art und Weise, wie du redest. Ja, Wahnsinn, ja. Na ja. Komm nicht klar drauf. Analyse. 2.0. Unser Top Tier verreckt, gerade. Oh, shit happens. Wird happens? Warum hält die Artie... Wir haben nur noch eine Artie. Hm. Komm, boys. Wir bleiben mal ein bisschen defen. Wir müssen, ja. Ja, ich bin sicher. Da vorne stehen kriege ich sie auch, außer den E-Miller. Na, sie, sie, sie Pirschen. Objekt hinter mir. Hilfe, rette die Tiere. Jetzt kommen sie. Okay, ich stell grad fest, dass... Ja, jetzt wird's kritisch, ja. Bei mir. VK hat... Ja, da oben steht noch ein Leopard, übrigens. Das Objekt kann mir halt ziemlich in den Anos passen, ne? Das macht mir auch so eine Angst und Sorge. Ich bin nicht aufgegangen. Ja, ich bin aufgegangen. Ich komm nicht ran, da ist noch ein Leopard. Oh Gott, Artie, in der... Ah, Artie. Der Leo ist vor allem noch voll HP, ne? Hinter mir Objekt, aber keiner schießt drauf. Warte mal, ich kümmere mich ums Objekt. Artie hat mir grad so einen reingepoolt. Das wär so schön. Zeig uns den Aschleuter, schießt drauf. Ja, ich bin dabei. Ist er getrackt, ne? Ne, jetzt ist er getrackt, er hat repariert. Ja, ah nein, er hat... Hier! Jetzt haben wir uns grad selber behindert, beide. Haltet die Tiere... Ne, nehmt mich jetzt raus, aber... Es braucht nur noch zwei Schüsse für. Hat ge... Er hat mich nur gecantet, Leute. Er ist zu! Hat die hat's. Reverse Sidescrabbing hab ich definitiv gemacht. Das ist drauf, okay, lass mich verziehen. Er kann One-Shot sein oder Toe-Shot, das Objekt. Ich hab halt noch einmal blind geschossen auf ihn. Achso. Ich dachte aber der... Oh nein, bitte lach nicht auf! Er ist vollhaft, ey, Junge. Obos... Er hat das noch nicht genannt. Der Leer, ja. Ah, okay. Also um uns gelegen... Wir können jetzt dran load hier. Ach, dagegen stehen. Ja. Ja. Eigentlich ziemlich viel gemacht. Runter, 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 runter. Shit. Nein, das war's Leute, wirklich hell. Da spielen dort noch immer zwei Artists mit, ne? Drei, zwei, eins. Ne, du bist schnell genug, du kommst weg. Jetzt hat sich kurz den nach der Klobola angehört. Bis sie festgeschraubt hat, ne? Ja, genau. Ah, da war er doch, ja! Da sind wir schon beim großen Problem mit dem Tiger 2, ne? Ja, ist zu langsam. Bitte, dass das immer beim Panzerung nicht so gut ist. Ne, bei mir ist jetzt... 2800 hab ich gebaust. Ich hab 1300. 800 oder so was. Also ich würde sagen, das Gerücht mit der Panzerung, dass die bessere geworden ist, das stimmt. Ja, sie ist auch besser geworden, aber sie ist halt nicht vergleichsweise wert wie zum Objekt oder was. Ah. Ja, aber der hat auch ne Scheiß-Kanone. Ja, aber... Das Objekt? Ja schon, aber dafür ist das mobiler, ne? Tiger 2 ist ziemlich langsam. Was ist das Defender oder was? Ja, zum Beispiel. Oder IS-3er. Der Defender ist nicht, glaub ich, mobiler für Tiger 2, oder? Wenn überhaupt minimal. Hier ist ne ganz echte Lama als der IS-3er. Die Ground Resistance, zum Beispiel die Hidden Stats, das ist aufschlaggebend. Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt, rechts unten könnt ihr abonnieren. Ich schau, die erste Gangmark. Ja. Nichts bleibt getroffen in den Büschen. Das geht besser, kommt. Unser Zehn hat Null Schaden zum Beispiel hier. Ja, das sind Null Nummer der WZ, 5 A, ne? Unsere Art hat Null Schaden. Echt? Ja. Was? Wir müssen ein Disconnect gehabt haben oder so. Hat den mit Null Schaden, ja gut. Ja. Ihr seht jetzt hier, die Crew ist ne Katastrophe. Ja, aber... Ja, auf der Karte, ja. Und unser Light war auch direkt weg, ja. Der Light halt auch, aber... Ich wollte trotzdem mal ein paar Tiger 2 Spiele bringen. Ne, können wir ja, können wir ja. Schreib mich nicht an, Jell. Ich rede mit meinen Zuschauern und wer redet schon mit dir? Junge. Ich bin 6er, jetzt ziehen wir wieder. Jetzt geht's los. Ja, jetzt. Sehr schön. Jetzt zeigen wir mal, wer Tiger 2 führen kann. Das Gegner Platoon, guck. Ich meine, wir sind in Weihnachtsstimmung. Du, in Weihnachtsstimmung. Wieso gewinne ich nichts hier? In diesen After 8 Dingern ist nirgends was drin. Ich fress mich hier voll, ich platz gleich. Puh, falls ich Zuschauer von After 8 habe, schickt man den ganzen Karton, okay, für ihn. Also links oder rechts? Lass zusammenbleiben. Rechts. Ich fahre rechts, zumindest gegen 6er. First Target ist das Gegner Platoon, würde ich sagen. Ne, lass mal links fahren, wir können nicht crossen, wir kriegen Tiere auf die Schnauze. Wer sagt, dass wir crossen? Natürlich müssen wir crossen, wir fahren auch nicht über die Brücke. Dann fangen wir links, aber ich bin... Oh ja, das wird dann besser. Guck mal, weil ja alles links fährt. Es waren zu viele links. Wir müssen rechts fahren. Es waren zu viele links, es geht nicht. Ihr seht ja, Bruce ist recht mangelmütig, aber wir kennen ihn nicht anders. Was? Na? Es ist der Mond, das ist wohl auf der Eater, gell? Wir kommen mit, Bruce. Das ist so. Dann verfassen wir vielleicht sogar noch die Sideshirts, weil der große Kasse ist links. Das ist doch die Zicke in unserem Zug, ne? Da vorne macht auch keiner Licht für uns, Boys. Nein. Wenn der D25 Sierra hat zum Beispiel. Essen Snickers mal. Wollen wir über die Brücke rüber drücken? Ne, ich großsetzt kriege ich die Seite, interessiert mich nicht. Aber das gefällt mir. Ne, das kann ich nicht machen. Wieso nicht? Wir haben ja kein Leid. Wir haben ja kein Leid mit. Ja gut, dann... Ich bin noch nicht aufgegangen, jetzt bin ich offen. Au. Au, sagt er. Au, sagt er. Gut, wenn das Kopfchen bei dir steht, steht er nicht hier. In seiner emotionalen Art und Weise sagt er einfach nur, au. 540, ja, großes Struck. Au. Der Gegner-Platone ist hier in Stufe 8, also müssten wir ihn verdruckt machen. Einmal einer den checken, bitte. Bitte, bitte, bitte. Der steht an der Brücke mit 20 Bezeugen. Okay. Okay. Bitte Stuck, stell dich nicht in den Weg. Ich hab'n Leck. Wow, das ist so gut. Gell, kommst du mit? Ja, ich komm mit. Oh, shit, 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 shit. Wie gesagt, der hat ein Blatt und ist hier. Er ist auf. Hochschießen. Okay. Komm, wir können dem Löwe in den Arsch. Wart mal, wir fahren mal auf die Brücke, okay? Ja, wir fahren auf die Brücke. Wir fahren auf die Brücke. YouTube. Gell, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja, ich hab' nur Arsch gesagt. Nach Arsch hab' ich aufgehört. Also, ich hab' mich im Griff, Leute, ne? Sag, sag, bau, guck. Nein, 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 nein. Ich seh's. Ey, wir sollten eigentlich umdrehen in die Base und Hallo sagen. Kononus liegt nicht. Abgebrault. Ja, das geht nicht, das geht nicht. Ich hab' hier einen Cheat-Rode, der war Sidescraped. Shit. Stufe 6 hier tot, er ist halt scrapped Aber er wird's gut Ja, kannst du da auch nochmal reinschießen, sonst können wir nicht pushen Bitte steht noch mehr Ich treffe noch nichts, weil ich keinen Perk auf der Crew habe Komm, lass uns zur Base fahren, Bruce, oder? Jetzt schon? Ja, komm, lass uns Komm, die drücken da gleich hoch Na und Fahr du schonmal zurück Ich fahr schonmal zurück Können ich gegen den Uigl und den Rudi dann mal eben so hochtritten? Ich fahr jetzt vor Okay, ich fahr auch zurück Ich schieße durch, schießt HE auf mich, ich hab keine Chance, okay? Komm, wir müssen sie begrüßen in der Base Ich drücke mit HE, ist schon ziemlich ne krasse Insorge, ne? Aber Jetzt krieg ich nen Arsch, man, der scheiß Leo kommt hoch Ne, doch nicht 426? Was war das für ein Highroll? Das gefällt mir Wir kümmern nämlich ein bisschen mit der Panzerung arbeiten Was, du hast 426 gemacht? Mit deinem Schuss, ja Geht auch, ne? Okay, du kannst die wegräumen und dann da Druck machen, weil... Ne, Druck nicht wegen Skorpion, aber ich kann Da nachher ein Leo schießen in der Mitte Das Gorkkin ist, äh, One-Shot Ja gut, aber den krieg ich nicht auf, unter Distanz Ich würd's trotzdem sagen, okay, falls du mit Leinschießen vielleicht immer sagst, HEYYY Das ist gar nicht so schlecht tatsächlich, der Sheetor, obwohl er so richtig schlecht gespielt hat Jetzt wird's ne... Boah, hier sieht man echt die miese Crew, die ich hab Macht nichts, Kjell, ich komm zu dir Ja, ich brauch jetzt echt deine Hilfe Der Main ist halt, er hat eine High Ich lade Gold, okay, nur für dich, nur für dich blechig, wie du klappst er jetzt 2, 2, ich hab nicht nachgeladen Ich hab einmal nochmal Gold in DS-Fuck reingeschossen Ich wollte nichts anderes sagen, ich wollte es nicht schießen DS-3 ist fällig, okay Ja, machen wir mal bitte mal... Oh Gott Was ich, das hat noch Freunde dabei Irgendwie sind das vom Winkel her nicht, ich würd mich gern anders stellen Ja, du behinderst mich schon wieder, du Vogel Warte mal Schau mal auf die Karte, da darfst du das raus, weil ich Irgendwie stimmt er nicht Der Löwe schießt da eh Problem, oder was? Ja, ne, und was? Das Wack steht einfach scheiße im Weg, ne, vergiss es Wortwahl, Junge Schieben wir's halt vor Ne, das andere Wack dahinter Ich werde jetzt den minderwertigen Scorpion rausnehmen Oh ja, er hat mir gezeigt, ok Mhm Na die Artie, die hab ich noch gar nicht gespürt, ich will Was kommt noch? Wansch hatte 854er Peter Scorpion Da geh ich durch Ne, aber ist Wansch okay Wiggel, wiggel, wiggel Oben steht ne super Hellcat So ich push sie ok ich fang mir die Schüsse Bruce Ja mach das viel Spass Also come on baby Du kannst beim Löwen dich verbruchten wenn du genau auf die Kanone schieß etwa Hat Jetzt hab ich nur 3 Gold Weißteure Runde Komm mit süßer So ist meiner Meiner Meins Viel Spass das gibt dir ne fette Schelle Nein Ich bin gebounced Heute ist Bouncedag Heute ist ja ein Ein blöder Bouncedag bei mir Leute Und ich hab in die Unterwanne geschossen ey Ich hab in die Unterwanne geballert und bin gebounced Hey was ist heute los Was ist denn Was ist heute noch wieder los Was ist denn los in der Haus ok Was ist hier los In der Haus Ich hab dich Ich hab dich davon bewahrt Es ist ok Buggy Es ist ok Muss nicht drüber reden Wir sind trab hier also wir sollten vielleicht Es ist in unserer Verantwortung bewusst geworden Gewesen Und zack So das war mein Kill baby Oder Bruce Haben wir doch gut gemacht Wollen wir uns mal auf die Schulter Ja das habt ihr gut gemacht Und deswegen wird auch nicht ausgelacht So ist das Ja aber ich glaube Ich werde ihn jetzt öfters mal auspacken Also den Tiger 2 Ne ne das passt schon Ne Ja das ist ein gutes Gerät Gute Gerät Mag dein Gerät ok Und weil es so schön war Machen wir noch eine dritte Runde Oder Ja Wo du das Risiko eingehen willst Dass die ganze Aufnahme dahin ist Ok Die IS-3 Die hatte ich Der Kommandant hat sich nicht besonders clever angestellt Von der IS-3 Die SU Wo standen die Ich sehe doch nichts Ok Ich sehe doch nichts Ich sehe doch bei Auszeichnung Bin ich der zweite Und das reicht 10.000er Fahrer Der macht aber Spaß Wenn man hier eine Platon spielt Alles rot bei mir hier rechts Laden 8,88 Alles klar läuft Ist egal Auf jeden Fall habe ich mir eine halbe Maratondistanz Zeit um 3 Über 3 Minuten Verboten Das ist doch mal Das ist doch eine Ansage Ich habe mit dir Honey habe ich heute verarscht Honey Bunny Honey Bunny Lass Honey Bunny in Ruhe Honey Bunny ist süß Ja ok Ich erzähle dir nicht Was ich geschrieben habe Ne Will ich auch nicht Kannst du nach der Aufnahme Das ist eine Serie auf Netflix Honey Bunny Meine Mutter hat mir geschrieben Die habe ich heute verarscht Das kann ich sagen Ok Wieder gegen 10er Es endet wie es angefangen hat Wenn Boogie was gemeines zu Honey Bunny schreibt Dann schreibe ich was liebes Um es auszugleichen Ja so passt das Ok Gegen was prima gegen 10er Ich stelle mich hier hinten rein Und warte bis irgendwas passiert Ja das ist typische Tiger 2 Gameplay Das ist so Sie hat heute gefragt wo ich bin Sie bei mir zu Hause waren Und ich habe gesagt Auf dem Weg nach Bikini Bottom Und sie so Ja wo bist du Hätt kein Scheiß Und sie so In einer Hand Und das kannst du eh viel mehr Ja Achja Passt gerade immer schöne Geschichten Für euch Ja Ich habe jetzt nicht so viel Zwischengefunken Na doch Das ist eine Karte Schrecklich Ist das Baby im Zeichen Ja können wir draufschießen Na ja gut Wir können doch wieder Super Intim spielen Sehe ich Ich weiß gar nicht Warum ich den Kell hinterher Ich war nicht den Bruce Keine Ahnung Ich bin halt besonders attraktiv Vielleicht Oder vielleicht hast du Kein Bock auf Kranwagen Dein Arsch hat mich ziemlich Abgelegt Komm wir gehen Snipern Seitdem er so regelmäßig Auf dem Fahrrad rumnuddelt Ist er doch Ein bisschen ansehnlicher geworden Und wir überlassen dir das Feld Bruce Kranwagen 60 tp Kein Problem Im Tiger 2 Überhaupt kein Problem Okay Wir haben ja noch 3 DTs Einer davon ist Tränen in der Stadt Zwei davon sind in der Stadt Ach du Scheiße Was hier kommt man Wir sind wirklich drauf Offen hier Irgendwie Ich glaube ich will ein Heavis mitspielen Oh Alright Oh Daddy Oh guck mal da In der Mitte Let's go Wir haben Arbeit Baby Hier gibt's Arbeit Let's go Into the action Ich werde gleich nur den Turm Von 60 tp sehen Ob ich da durchkomme Ja Sicher Ich vertraue dir I believe in you Okay Believe in your dreams Rede ich habe da zwei Wahnsinnigen da mit Der seht ihr sie Und tschüss Da ist ein Schiebken bei dir Aber da ist ein Superkunk Noch ein Wahnsinniger Ich habe geschossen Ich werde dich platzen Ich bin offen Und Also ich werde schaffst Das sind alles Wahnsinnige Und hier auch Partys Bisschen Tracking kriege ich hier Mit dem Tiger kriege ich rein Datsächlich Irgendwie Noch so ein Wahnsinniger Das ist einfach nicht gut genug Das ist ein scheiß 60 tp Ein 5-3-0 Wie kann das sein? Weil das alles Wahnsinnige sind hier Ich muss das Feld pushen Ja ihr müsst das Feld pushen Ihr seid total in der Überzahl Das mache ich ja gerade allein mit dem Tiger oder zwei Das ist keine gute Idee Ich schmunzle ein bisschen Ich werde schon angeblüht Ich mache das Leute Ich mache das Ja ja ich glaube das auch Warte mal das gefällt mir schon Das wahnsinnig Also dann folge ich doch 404 siehst du Den dann ist schon mal one shot Der Leopard will es halt wissen Das macht man so Das hat mal HE für den Leopard Der nächste wird HE Ne der wird HE Ich glaube nicht dass er es wirklich wissen will Doch er hat schon gesagt Ja wo ist Hans-Dieter Nicht so Ja das kann ich dir gleich sagen Aber es bleibt unter uns Hans-Dieter ist doch von der Bundeswehr oder? Das ist ja das Problem Das ist der von der Bundeswehr Achso Hans-Dieter kennt sich aus mit Panzern Weil er halt jahrelang gedehnt hat Ich habe 40 kmh drauf gehabt Aber bergab ne Wie ein alter VW-Bus hier Oh So ein Happy-Bus Mhm Mhm Wir haben nur geraucht und geförgelt den ganzen Tag Mon Dieu Und bevor jetzt Machen wir eine kurze Pause Das wird jetzt wieder zu anröchig Ja 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 Ist gut jetzt Buggy Ist jetzt mal gut Buggy Du musst noch bis zum Schluss Bisschen Selbstbeherrschung Ein bisschen Ein bisschen wenigstens Konzentrier dich auf dein Spiel So eine fette Schelle fressen von 60 dp Er freut sich schon Er lacht schon Ich fahre jetzt quer übers Feld Sonst kriege ich nichts mehr ab Autsch Du trugst mich ja von der Wünscht Ne, davon werde ich nicht satt Ne, bin ich nicht sattig Danke für den Schuss von Planter 2 Ich fahre jetzt nicht mehr ab Lala Mein doch Das letzte Spiel wird es noch mal richtig heiß Verbal, ne? Verbal, ne? Guck mal dadurch dass ich die Abkürzung genommen hab Bin ich schneller Sieh jetzt sicher verbal? Ich hab schon gesagt, ich hab dich schon aufzugehen Ne, ne, brauchst du nicht halt mehr gehen Halt was anderes Okay Was machen wir die ganze Zeit? Hester Wait for him Wait for him Wait for him Damit ihr habt's gesehen Und jetzt Das ist halt Heavy-Gameplay, ne? Damit müsst ihr zurechtkommen, ne? Mit dem ist sie nicht schnell, ne? Ja, aber was soll man Playerts Ja Das ist, äh, nix hier, ne? Doch Und schon hängst du im Graben fest, ne? Ja, so ist es Das sind Kranwagen Hol in die Zwieger Au Ich erlängst ja wirklich im Graben Jupp Macht Spaß da unten? Ja, ja, total schön Also, ich fahr hier so rum Und Du kriegst dich rein, oder? Ja, ja Wahnsinn Der Bruce aber auch, oder? Ja, doch Kranwagen wollte ich eigentlich vergewaltigen, aber Ja Dann scheinen wir nicht Der ist zu weit weg, ne? Das ist jetzt dumm Ihr seht, wir gönnen unseren Teammates immer viel Und das war aber eine ganz einfache, souveräne Nummer, würde ich sagen, Leute, oder? Geht ab Also wirklich souverän, ne? Das Spiel entscheidend war, dass ich das Feld gepuscht hab Wie sie da quer drüber gefahren sind, die Leute, du meine, ja, ne? Nein, lass ihn in Ruhe Lass ihn in Ruhe Okay So, da unten ist der Siegel, das passt Ja, ja, das passt Das ist krass Jetzt ist er vom Stuhl gefallen Und so Österreicher Was ist passiert? Das Internet ist geblieben Er hat sich noch nicht gelöscht Okay, da müssen wir möglichst bald beenden, weil wir haben gleich kein Internet mehr Weil das setzt sich ja fort von Österreich nach Deutschland Das ist so eine, ne? Wie so ein Stromausfall muss man das sehen Weil die Runden sind nicht teuer, sie sind zu erfolgreich Ja, sind teuer, aber, hm Es hat einmal so richtig geblinkt, so, ich hab gedacht, das ist kaputt, ne? Und so, wenn man läuft, so wie, so wie, wie, so zum Klo, weißt du? Ein kurzes Resümee zu den Tiger 2 Ist cool Cool, aber langsam, ne? Er ist gut gepanzert Er ist gut gepanzert, und Ja, aber Ist eine Empfehlung, ne? Also, ist okay Noob geprüft, würde ich sagen Ja, also, ist okay Unser Österreicher ist vom Stuhl gefallen Da ist er wieder, was sagst du dazu, zum Tiger 2? Das ist eine Sahneschnitte Das ist eine Sahneschnitte, okay Und Bruce ist auch begeistert, denke ich, oder? Das ist ja flutschig Okay Leute, wenn ihr wirklich einen Clan sucht, sucht den anderen Clan und, ja, und bleibt gesund und abonniert den Kanal Bis dann Also, hier sind keine Normalen Bis dann Ciao, ciao